Er scheint verschwunden zu sein. Okay. Okay. Ich habe schon ganz anderes besiegt. Nein, 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 nein. iiiiih shit ach alter Scheiße, was ist das für ein Vieh? Weiß ich nicht. Ich erinnere mich ein bisschen an die Wendigos aus Dings hier. Aus, äh, Until Dawn. Die Dinge, was waren sie? Was waren sie von? Wo sind sie? Traugergeräusche, ja, super. Wir folgen dem Licht. Alter, hinter mir war was. Drecksvieh? Ja. Doch, hier ist irgendwas. Warum folgst du dich? Boah, Alter. Ich hänge in der Luft. Ich stehe in der Luft. Ich bin Jesus. Oh, fuck. Oh, fuck. Die gefällt das nicht, ja, frag mich mal. Ach, weißt du nicht immer. Ich komm diesem roten Licht aber immer näher. Du glaubst, da kommt ja noch eine. Nee, ja, ich glaub auch. Alter. Ich seh wieder ein bisschen. Zumindest ein bisschen mehr als vorher. Aber nicht genug. Ich hab so Angst, dass ich jetzt irgendwas vergessen hab, ne? Ich hör was. Ich hör was. Ja, komm durch, wenn Niko. Warum beißen die denn immer zuerst? Ja, ein bisschen mehr als weiterd resultat bur quarter. Ok. Ja, ich hör pegar jetzt, im Grund wie nerährd. Ajüss. ...durk. Je ge the most. Ja, ichρώ. Ich spit Religzy,悼se. Ich bin nicht wegen derılan Everzeit. alter was das die viecher sind ja richtig widerlich jetzt will ich da endlich mal durch mensch ah ok ja gut egal welchen weg wir gehen da vorne könnte es eine fackel geben wo ist es someone there who are they who's there what are they saying don't get too kind of the cringes down here with you need help this is all i have you can't do it she is thinking about it it's all you have she is ignoring us we are protecting sacrifices must have meaning she has given away that which makes her strong her protector her avenger the thing she grips tight when darkness overwhelms her what is a warrior without her sword what is she now she must forge a new path defenseless against the dead ones the armor has fallen away aber ich glaube genau darum geht's da kommt bestimmt jetzt ein Krieg in beide richtungen ah ok ich darf nicht zu langsam werden ich lauf doch schon weiter die stimm machen mich wahnsinnig ne Nein, ich mag es nicht. Die Schöne sind, die Schöne sind, die Schöne sind. Sie haben dich hier gebracht. Jetzt werden sie dich töten. Du musst sie folgen. Wir haben nichts, so... Oder du wirst niemals raus. Du wirst niemals hier sterben. Die Stimme haben einen wirklich verrückt. Ja. Ja. Aber das Licht beschützt uns, solange wir drin bleiben. Bis zum nächsten Mal. Geil, ja. Ich kriege doch der Hinz denn nur, sag mal. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, und es ist immer noch dunkel. Aber heller. Ja. 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 Schönen guten Tag im Heim der schwebenden Steine, würde ich sagen. Ja. 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 Okay. Der hätte ich tatsächlich fast ein Gesicht vergessen. Ich frage mich, warum die Steine schweben. Das ist der letzte Test. Okay, dann gehen wir hier rein. Ich habe davon keinen verpasst. Ich frage mich, warum die Steine schweben. 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 Und ich frage mich, warum die Steine schweben. ich will noch mal auf die andere seite das spiel ist echt sehr spannend ja das ist jetzt wieder hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas versteckt ist ich muss tatsächlich doch doch hier lang ich glaube der weg ist dasselbe ich komme ich da runter da kann ich ja nicht hinspringen wahrscheinlich musste ich das machen um das dann einmal zu drehen ich probiere mal so durchzugehen und jetzt auf der anderen seite hochzukommen weil jetzt müsste der tonus hier andersrum sein glaube ich jetzt geht es wieder zu jetzt komme ich aber weiter hoch so wir haben wir haben wir haben We have showed them everything we are. Every fragment. Every scar. We have nothing left. Oh, das ist gut. She can see herself. All the others helps us. We. She is thinking. In all the pieces. All the fragments that helped her. We know. All of them. All the signs. We can see them clearly. All connected. All meaningful. Yes. She remembers. How it started. Almost an end. Drowning the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us. And we fought together. With a fight. You were lost in this new land. Hurt. Broken. You had no hope. Once again. We helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. That started with a promise. That holds so much power over you. Dillian. Dillian. Always love. Always death. Death. And at the end we found him. Thorkester. Strong. Proud. And we helped you. We told you to stop. We always help you. Or you may have killed him. We saw it. We saw in him what you understand now. His goodness. And you saved him. And he saved us. Now. If we defeat her. He'll do it again. His world will collapse. Like yours. He needs to believe in the world of his father. He believes his father more than anyone. We know, Senua. That is where change happens. We saw it. They saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. You. They are everything. They are here. She can feel them. Slipping through her soul. Following the threads of her mind. She is here to find them. The ones who hide. They will tell her how to defeat the giants. And she will keep her promise. But it's never so simple. Is it? Wisdom has a price.